Dienstag, 15.12. Heute wäre ein sehr guter Tag für alle Friseurbehandlungen. Es kann im Allgemeinen zu sehr viel Arbeitsaufwand kommen, aber die Lebensfreude kommt trotzdem nicht zu kurz. Sie haben gute und praktische Ideen und es wäre ein guter Tag, um für die Festtage zu backen. Sie managen alles gut, es braucht nicht viel diskutiert zu werden, es wird einfach getan. Hütten Sie sich aber vor Ungeduld, denn dann würden Sie eher weniger weiterbringen und es zerstört dann die gute Stimmung. Bäder, Hand- und Fußpflege wären ideal, um zu entspannen.